So, Hallöchen, alle wieder miteinander und willkommen wieder zurück bei 13, nachdem wir eine kleine Runde Abwechslung mal mit Overwatch schon mal wieder gehabt haben. Und zwischendurch haben wir wieder gar keine Videos, ich weiß, es ist momentan wieder etwas unzuverlässig bei mir. Das tut mir auch ziemlich leid, glaubt mir, aber ich tue mein Bestes, dass sich das Ganze schnellstmöglich ändert. So, jetzt bin ich aber gerade, Aufträge, da hindern sie die Spats daran, Alarm auszulösen und finden sie einen Durchgang und dringen sie in die Basis ein. Schalten die Kopfgeneratoren aus, die jagen 10.000 Volt durch die Leiter. Okay, Generatoren ausschalten ist schon mal nicht verkehrt. Ich bin schon mal überlegen, habe ich einen Nahkampfangriff? Ich kann gerade noch kurz in die Steuerung gehen. Schussoption, Sichtoption. Bewegung, Schuss machen wir mal, nachladen, nächste Waffe, Sekundärwaffe, nö. Weitere Optionen, aufnehmen Inventar, Punktestand, okay, Schnellheilung, Bewegung, Rennen, Hochspringen, Satverspringen, Nein, Nahkampf haben wir nicht. Dann nehmen wir uns doch mal eine leise Waffe zur Hand, der wir zwar leider kein direktes Zielfernrohr haben, also Fadenkreuz meine ich. Aber, wir können uns damit ja trotzdem leise vorarbeiten. Ach, sieh mal an, wunderbar hier gegen Gegenstände rum zum Draufbauen. Da haben wir auch schon den ersten. Wurfmesser nehmen wir uns mal. Hallo Typ. Gute Nacht Typ. So, Wurfmesser direkt mal in die Hand. Knappen. Wurfmesser. 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 Mach doch sogar nett mit mir. So. Drei Generatoren noch übrig. Alles klar. Machen wir mit links, würde ich sagen. So, da steht der nächste. Den holen wir aber, glaube ich, mit der Armbrust. Komm her, beruhig dich. Schätzchen Feindrohr. Nein. Ach, Männl. Was zum... Was soll ich gerade sagen? Bloß nicht anfangen zu schießen, Tü. Verhaupt nicht mal da drin ist auch noch einer von den Generatoren. Sehr schön. Wird hier gerade sonst noch irgendwas rum erwischen können? Sieht nicht danach aus. Nö, nö, nö. Kein Generator für uns. Okay. Dann wollen wir mal auf der Seite weiterschauen. Da ist die drin vielleicht? Das sieht so aus. Da ist die fette rote Lampe dran. Da ist Summ, da ist der Generator. Da bin ich fest von überzeugt. So, ja. Verkruppt mit Munition. Wofür auch immer wir hier nicht laut sein dürfen. Aber nun gut. Hier muss noch irgendwo ein Typ rumrennen. Das hier ist ja viel zu wenig los. Oh, ich habe gerade gar keine Wurfmesser mehr. Da drin läuft auf jeden Fall was. Den hauen wir aber raus mit den Pfeißen um. Oh, sehr schön. Nee, doch, dass mir da zu viel Strom braucht, Uschi. Nur. Alter. Bist du denn da gerade? Gib mir deine Rüstung. Okay, du hast keine. Oh, und hier drin ist nicht mehr ein Generator-Ding. Ernst, jetzt? Ey. Maus hängt. Okay. Nicht lustig. Hm. Scheiße. Boah. So. Dann hat man das Schleschen noch. Na, da waren doch gerade wieder Täpfelchen auf dem Boden. Dann ist auch noch ein Täpfel. Oh, oh. Fuck, 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 fuck. Ne, beruhigt sich Fagenkreuz. Ist sehr schön. Fäuste. Vierflöste gegen die Rüe. Nein, nein, nein. Uäh, noch eine. Tod. Tod. Ui. Was ist denn hier mit dem Maus-Wings? Da ist noch eine. Ja, ja, was zum Schluss. Ui. So, da haben wir doch noch einen Generator. Wo ist der zweite Lastwagen? Es war direkt hinter uns. Soll ich mal nachschauen? Okay, also. Vergiss es. Es wird keine Anlagen ausgelöst. Also der Typ wird eben rumgeballert mit jedem bescheuert. Also testen wir das doch jetzt doch selber mal aus. Indem wir rumballern mit jedem bescheuert. Hm, sehr schön. So muss der jetzt sein. Okay. Dann bleibt noch ein Generator übrig. Da können wir gar nicht rein. Und da kommen wir einfach in den Häuschen hier. Da kommen wir nicht rein. Da können wir rein. Ah ja. Position, Pfeile. Sehr schön. Das kann niemals schaden. Da drin vielleicht? Ist das noch ein Generator? Kann man da rein? Nee, glaub ich nicht. Nee. Uh. Da ist ja noch was. Interessant, was man nicht so alles machen kann, ohne dass Alarm ausgelöst wird. Respekt. Okay. Dann schauen wir mal. Dann haben wir doch den letzten... Ey, ich habe jetzt kaputt zurück. Ah, Sicherheitsleitern gesichert. Okay. Das hast du auch festgestellt, Uschi. Oder Typ. Oder wie oft immer die Texte von uns da hinschreibt. Hab es auf jeden Fall sehr gut erkannt. Ähm, da nochmal durch. Heba. Finden sie einen Durchgang und dringen sie in die Basis rein. Brauchst du das nicht dran, aber... So, das ist auch dort. Ein Klederhaken. Mensch. Hat es nicht alles gibt, du. Hoppala. Na. Boing. Und rein da. Ach so, ich soll es vielleicht... ...verwechseln hier. Oh, Level abgeschlossen. Okay. Äh, dann... Machen wir soweit Feierabend. Ihr wisst ja, immer schön, ne? Levelbegrenzungen und sowas einhalten. Aber dann bin ich einmal wieder froh, dass ihr dabei wart und mir zugeschaut habt. Und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und sobald wir hier mit 13 durch sind, hihihi, können wir auf der Playstation endlich wieder weiterzocken. Ich habe meine Hardware nämlich endlich wieder ersetzt. Das heißt, also wir können wieder ein bisschen Division zocken. Da ist auch wieder mal ein bisschen mehr Action los. Und ich hoffe, dass ihr also dementsprechend dran bleibt. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen oder aber auch Kommentare über Spiele, die ihr vielleicht auch noch sehen wollt. Oder was euch im Allgemeinen gefallen hat, nicht gefallen hat. Der ganze Kram eben. Ihr kennt das ja. Also, dementsprechend bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.